Ich begrüße euch zum heutigen Seminar, die Beziehung und der Partnerplatz. Wie angekündigt, wir werden mehrere Aufstellungen machen, einzelne Aufstellungen. Jeder Teilnehmer wird seine eigene Beziehung aufstellen. Das heisst, die anderen Teilnehmer müssen die Rollen übernehmen. Und für heute habe ich vorgesehen, dass wir die Beziehungen aufstellen. Wir müssen auch mit allen Teilnehmern fertig werden heute mit den Aufstellungen. Also die Beziehungsaufstellung machen wir heute. Und dann haben wir den Partnerplatz. Das ist eine super Aufstellung. Und vielleicht fangen wir heute mit dem Partnerplatz und morgen machen wir weiter, weil wir brauchen zwei Tage für so viele Aufstellungen. Ich bin da ganz offen. Gucken wir, wie wir mit der Zeit kommen. Und ich habe auch Meditationen für euch. Und ich werde sagen, erstmal fangen wir heute mit einer kleinen Meditation. Ungefähr zehn Minuten Maximum dauert sie. Ich finde diese Meditation für euch alle sehr hilfreich, weil die gibt uns oder euch einen Einblick über eure Beziehung, über den Ist-Zustand, was in der Meditation kommt. Und wenn wir fertig mit der Meditation sind, möchte ich von jeder so ein bisschen Feedback bekommen, was habt ihr da gesehen. Weil das wiederum hilft mir, zu ersehen, wo steht ihr, wie sieht es eigentlich aus. Also diese Meditation gibt uns so einen Einblick in dem, was ist für dich, auch für mich. Und da können wir damit sehr gut arbeiten. Habt ihr Fragen? Während der Meditation? Wie gesagt, das ist eine ganz kurze Meditation. Wenn ihr möchtet, ich bitte euch, Lautsprecher auszumachen, weil vielleicht klingelt Handy oder kommt eine Störung, damit die anderen Teilnehmer nicht dadurch gestört werden. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Kameras auszumachen, weil in der Meditation liegt man eher so léger. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Kameras auszumachen, dass ihr euch nicht so irgendwie von mir beobachtet fühlt. Ich habe die Meditation, habt ihr ja vorhin an der Kamera gesehen, die lag auf dem Tisch. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Ich werde es euch auch vorlesen. Okay, fangen wir an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.